Hallo Leute hier ist Dima und heute gibt es mal wieder ein Alphaback Opening und zwar werde ich diesmal 61 Alphabacks öffnen und für jedes Kommen das wir diesmal ziehen werden werde ich ein Clip einspielen von einem Teamkill. Kurze Rede, langer Sinn, let's go. Und das erste Pack wird blau. Lightning. Sieht cool aus. Es ist einfach weiß. Geil. Oh mein Gott ist das Gold. Das dritte Pack ist Gold. Rolltreppen, 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 Rolltreppen. Fuck. Alle. Also ich meine der Skin sieht cool aus aber. Man kann nichts sagen, der Skin sieht cool aus. Aber Gold? I don't know man. Ist der Finger oben wird man nicht loben. Oh, Lila. Rolltreppen, 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 Rolltreppen. Alle. Ich bin Cavera und ich werde genervt. Die mache ich Down-In für dich, ja? Das ist Skyline. Oh mein Gott. Hier oben. Warte, ich hiel dich. Warte, ich hiel dich. Spritz mich ab, Daddy. Zwei. Wo ist der? Ach. Wie ist der? Wie ist es? Wie ist es? Alter, ist es schon wieder Gold. Junge, habe ich einen Lack. Soll ich es aufmachen, Leute? Soll ich es aufmachen? Ich mache es auf. Drei, zwei, eins. Nein. Fuck. Das hatte ich schon mal. Und nur mal so, die Waffe ist mega scheiße. Keiner spielt diese Waffe, Ubisoft. Ihr müsst die Schalldämpfer wegmachen. Keiner spielt die Waffe. War das? Ich habe keine Ahnung. Ja, guck. Twitch, kann ich dir den Film filmen? War das just? Scheiße und Duplicate, geil. Aber immerhin kriege ich Renown. Und wieder ein graues Pack. Toll. Der Gegner ist sogar stupid Echse. Leute, wusstet ihr, dass ich zaubern kann? Oh Gott. Ich brauche einen Freiwilligen dafür. Nein. Willst du mich wegzaubern? Nein. Janis. Nein, du willst mich wegzaubern. Hau ab. Ja, komm her. Nein. Ich will den Zauberstück zeigen. Nein, ich will nicht. Ich mach ihn weg. Dann mach mir. Okay, weh. Was? Bist du ein Bastard, Digga? Ich? Ja. Hast du jetzt hier vier drunter? Nein. Warum bin ich ein Bastard? Uff. Oh, mal guck. Du bist geil, wann ist es zu vier? Du musst herausjumpen. Hier ist ein Clamo. Aber hier ist es vier drunter. Ey, stimmt der immer nicht. Du bist gezaubert? Ja, ich bin weggezaubert. Du musst herausjumpen, sagt er. Oh. Nein, die Ledertarnung. Die hatte ich auch schon. Alter, schon wieder ein goldenes Pack? Wie jetzt? In dein Ernst? Okay, irgendwie sieht die schon geil aus. Die sieht so altmodisch aus. Aber es ist eine Pistole. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Ich habe das auch gerade gesagt. Ach so. Ich habe vorher daran gedacht, aber ich habe es nicht gesagt. Ey, lol. Die war es mit nur Kills erster. Nein, bitte. Nein, bitte. Nein. Fuck. Ich bin out. Wie bist du gestorben? Ja, mich. Digga, du hast so Mr. President, ich rette sie gemacht. Mr. President, ich rette sie. Rosen sind rot. Feiche sind blau. Ich bekomme Common Alpha Pack. Das weiß ich genau. Was habe ich gesagt? Sogar noch Duplikate. Ist der da? Nö. Ich zieh das. Du bist so dumm. Ein Schuss. Junge. Warum so Toxic? Warum so Toxic? Ich habe fast Black Ice bekommen, Leute. Aber nur fast. Gara, 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 komm mal mit, komm mit. Boah, zwei Drohnen, er hat vor einer halben Sekunde ein neues Rekord. Ich muss dir was zeigen. Guck mal, hier ist eine Toilette, ne? Hier. Ist richtig. Obst du, man kann darauf hacken? Nein. Hä? Nein. Wie? Blö, bestimmt. Ey, was macht ihr? Ich weiß sie nicht. Ich weiß nicht, Mann. Ich helfe dir, Joost. Ich helfe dir. Müsst du dich, girl? Marvin, komm schnell. Ja. Ja, nein. Ich habe dich gerettet, Digga. Ich helfe dich. Was? Das erste gute Pack nach 20 Scheiß-Packs. Und es ist... Verficktes Duplicate. Oh. Nein. Schon wieder diese Morro-Kur. Könntet von unten bangen. Boah. Alter, irgendwie kriege ich nur noch Scheiß-Packs. Was? Okay, wenn das Pack jetzt grau ist, dann deinstalliere ich Rainbow. Oh. Glück gehabt. What the fuck? What the fuck? Die Tauung sieht geil aus. Dafür, dass die blau ist? Komm. Bitte gib mir irgendwas Gutes. Irgendwas. Irgendwann rum kriege ich so eine Star Trek-Scheiße. Ich muss sagen, das sieht cool aus. Aber die Waffe ist halt Scheiße. Spielt keiner mehr. Back dead, bitch. Take dead, bitch. Alter, er geht's nicht. hat gar nicht verm Accept von mir. Als wär ich nichts. Komm nicht rein Ich kann nicht springen Okay, danke Okay, wie viele Packs habe ich noch? Noch 21? Was? Die habe ich mir letztens gekauft Den habe ich doch eben schon bekommen Alter, wie oft will diese scheiß Moral-Kord-Tarnung noch kommen? Kaid war auch fürs Eben Warte, ich habe noch drei Nomad-Dinger, lass mich mal finden Zweite Team-Kill Ja, Leute, wir müssen Leinen spülen Bald ist er weg Bald ist er genervt Junge, die wollten die Mager schon Leinen will keiner spülen Oh, der Schalli, Alter, hör mal Oh, wer ist das denn, die von den Typen? Nagelpistole Da ist Chad, da hinten, hm? Noch eine Nagelpistole Wie glücklich er nach oben geguckt hat Oh, Kamara Nein, die war nicht, die war nicht Komm, Gold Fast Gold Ich habe schon wieder fast Black-Eis gezogen Komm, Adi, mal den Skin habe ich auch gezogen Der sieht ja voll scheiße aus Boah Holy fucking Moly, Digga Das ist dieser Raum Noll, Bandit, wo geht hin? Kleiner Habt ihr Twitch, äh, habt ihr, ähm, Frost? Ja Schön, wie sie da lag, ne? Fuck Das ist noch einer gewesen, Marvin Alter, das ist noch einer gewesen Du es nicht Ja, scheiß auf mich Das ist noch einer gewesen Oder blöd mich, ich kann gleich wieder scannen Nein, fuck off Yes Komm, sei irgendwas geiles Rolltreppen, 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 Rolltreppen Nein Das habe ich schon letztes Mal gezogen Fuck Ich meine, es ist geil, aber ich hatte es schon Küche oder wo? In dem Klassenzimmer Gut Was? Flash Ja, ja Die hole ich vielleicht Ich könnte sie messern jetzt Geil Disable, ne, gu, oh Gott Geiles Flieger Hä? Was war das? Ich war direkt unter dem Headsteck-Hack Hier kommt was Hallo Darf ich jede Bestellung aufnehmen? Hallo? Ja Du bist verdammt Ich bin live, Mann Was? Oh mein fucking Lord Jesus Ich dachte, der Gegner hat mich gekillt Komm, weil es so gut ist, noch einmal Black Ice Habe ich gehört Für Glass Für Glass Sniper Oh Mann Aber jetzt für Glass Sniper Black Ice You know, man You don't know, man Die Jungen von heute haben nur noch ein Handy Ich komme jetzt zur Hilfe Oh, scheiße, Dima Aber doch nicht Die waren links Ich wollte da einmal raus Zum Bastard, ey Manchmal nur einmal kriegst du ein Batje Die kommen hier vom Fenster Ey, die kommen hier vom Fenster Warte Wie du geflogen bist Ey, Manu, komm mal her, komm mal her Ich muss dir was zeigen Du willst hier drinnen bleiben? Ja Wenn du hier gegenläufst, ne? Hm Boah, du Wichser Ich schwöre, du Bastard, Digga Nein Ja, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen Das war es jetzt schon mit den Packs Ich habe, glaube ich, zwei Legendary Duplicates gezogen Auf jeden Fall echt scheiße Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video Ciao Oh, das ist so crazy, mother Bis zum nächsten Mal.